. 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 Ich will überhaupt beten. Scheiße. Ist es ein hysterisches ... Oder ist es halt ... Okay. Also, es könnte ja auch ein ... Verlässt dich. Vielleicht kannst du auch, dass du so das machst und dann locker lässt du ihn schon beim Beten wieder zurückgehst, weißt du? Weil sonst ist halt alles so abgedeckt. Ich mach es mal, wie ich es machen würde. Dann mach es gleich nach. Das kümmer halt. Ja. Das wäre wahrscheinlich eher so ein ... Langsamer. Ja, weil es ist so, dass du denkst, je langsamer es macht, desto langsamer bin ich auch in der Sprechenergie. Und es macht keinen Sinn, wenn ich nicht ... Aha. Ach so, das ist ... Ah, okay. Also, es kann drüber sein. Hä? Es kann drüber sein. Am 15, wenn ich glaube, ich werde genau das passiert. Dass du da ... Ja. Wie gezogen, wie gut kaum geht und so ... Und dann aber, wenn du es locker lässt, deine Energie wieder schneller ist. Ja. Okay. Ja. 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 Du bist da ... Wenn ich so aaaaaaah und dann fällt mir so ein bisschen runter. Ich finde doch alles mehr für das Edding, Freunde. Aaaaaah! Für Aaaaaah! Sanitäter! Aaaaaah! Ist das ein guter Schreif? Ja, das ist ein guter Schreif. Aaaaaah! 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 So blöd! The three theathen. Aaaaaah! Aaaaaah! E. Aaaaaah! Der Tag, Silox. Albers温, Kir인데... Der Tag, Silox. Sebel!